Vorbereitet, Minion Ja, die Map ist scheiße. Habe ich das schon mal erwähnt? Falls nicht, die Map ist scheiße. Falls ich das schon mal erwähnt habe, möchte ich immer noch mal anmerken, dass die Map scheiße ist. Habe ich das schon erwähnt? Willkommen zu 4 Runden Bad Wars. Ohne 4 Runden Bad Wars, aber mit 4 Runden Bad Wars. Logisch, Tim. Super. Ah ja! Wenn ihr schon daran seht, dass ihr gerade Tims View habt, während er auf K ist, und ich meine, während ich baue, ähm, machen wir heute mal, ich weiß nicht, es ist nicht die erste Aufnahme, ich weiß nicht, ob ich alle Aufnahmen schneide, das heißt, es könnte sein, dass es die erste ist, könnte sein, dass es nicht die erste ist, wo Tim aufnimmt, mir die Aufnahme schickt, und ich dann zwischen den Aufnahmen hin und sehr switchen kann, weil ich einfach der beste Mensch der Welt bin. Da habe ich ganz anderes gehört, du. Ich habe noch nicht mit Wannabe Anonymous geredet, aber der sagt mir bestimmt ganz andere Sachen. Ach, auf den Typ kann man scheißen. Also, er schreibt mir das, was Wannabe gesagt hat, und schreibt dann halt dazu, stimmt das? Und ich antworte ihm, es ist privat, und er dachte so, nee, ich will das wissen. Computer sagt nein. Da war es für mich auch. Äh, das nennt mich, das ist so, by the way, ich habe 14 Gold, und es wäre echt hart korrekt, wenn du mich aus der Mitte rausholen könntest, weil ich habe keine Blöcke und 10.000 Leute in der Mitte. Warte mal kurz. Ich bin wieder da. Das ist nah. Ich bin wieder so nah. Das ist zu weit vorne. Nein. Doch. Ich wollte die Blöcke einen Block weiter hinten haben, Tim. Ja, dann, äh, kauf dir selber welche. Dann sagst du lieber mal 15 Gold. Dann holst du jetzt neue Blöcke und droppst mir die. Nein. Was für Aufnahmesettings nimmst du auf? 480 Milliarden Abitrate? Ich weiß. Alles, was drunter ist, finde ich etwas unfreundlich. Er drückt mir 50.000 Blöcke noch weg. Ich glaube nicht, dass er dir 50.000 Blöcke noch wegdrückt. Doch. Hat man meine Aufnahmen gesehen? Ich habe den Beweis. Ich kriege bald den Beweis, und dann kann man sehen, wie viel da dran ist. Ja, alles. Okay. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir aber nicht. Hey, Hupensohn. Da kommt ein Blauer zu uns. Ach nein, das wirst du, der in die Mitte läuft. Naja, fast. Ja, das habe ich auch gerade eben gemerkt. Aber da kommt ein Blauer zu uns. Urus Busch, seine Mutter ist ein schwuler Vater. Ah ja. Ach so, hinter dir ist noch ein Roter. Hinter dir ist ein Roter. Er hat mich wirklich schön so bekommen, dass ich so runtergeflogen bin. Er soll bitte sein. Keine Ahnung. Der Fisch schafft doch eh nichts. Du, man soll Fische meistens nicht unterschätzen, weil das könnte ziemlich Fischig beenden. Achtung, Tim. Siehst du? Du. Was? Siehst du? Da haben wir gerade gleichzeitig gesagt, nur so BTW. Ich höre dir nicht zu. Das ist so ein Ding. Ja, ich höre dir auch nicht zu. Kannst du mir mal Supreme kaufen? So acht Monate? Oder 20 Jahre? Ja, komm mir mal 20 Jahre Supreme. Lass ihn doch durchpushen. Ach so, Junge. Es wird halt noch mehr, oder? Hä? 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 Kann es sein, dass der Affe lost ist? Was? War es seine Mission jetzt? Ach so, warte mal. Hast du Blöcke zum Safen? Ich habe genau 24 Blöcke und ein Herz. Ich schaffe das. Wenn ich eigentlich schon besser... Wie bekommt der kein Knockback? Ey, jetzt mal ernsthaft. Der Typ hat absolut null Knockback bekommen. Mit null meine ich so. Ziemlich ein vier. Ich laufe dann mal nach Hause. Ohne zu sterben, hoffentlich. Jetzt ist ein okay Wegabbau nebenbei. Ersten roten habe ich. Auf zweiten roten habe ich auch. Komischer Typ. Ziem. Die Frage ist, was machen wir? Gehen wir auf das Team Fisch oder auf Grün? Persönlich bevorzuge ich ja Fische. Persönlich bevorzuge ich aber auch Grün. Wenn man stirbt, weil dann hat man Respawn-Advantage. Nein, Junge, das ist Unleashed. Also keine Ahnung, das musst du dir nachher anschauen, aber das ist nicht normal, wie der Rote mich gerade eben mitgebrückt hat. Kannst du dich an die Lehren des Johannes erinnern? Gegen Cheater spielt man mit 13er Bogen. Fullyquip, Cobwebs und der Typ kommt an. Und Eisenschwörter und Stärkertrank. Stärkertschwörter und Eisentrank. Fünf? Äh, ja. Nein, das könnte problematisch werden. Ja, aber der eine Rote ist verreckt. Der andere Rote... Die zweite Rote ist runterge... Warte. Brr. Der eine ist an Fallschaden gestorben, der zweite ist runtergesprungen. Ich weiß nicht, was das werden soll, aber Grün ist gerade am safen. Ich verstehe nicht gerade, was die Fische jetzt genau damit versucht haben, aber es sind halt einfach Fische. Das war amtlich. Amtruhig. Amtruhig. Du meinst, der kleine Junge, der mit seinen 27 Jahren noch nichts weiß. Ja, Digga. Das ist so ein Mim. Ich bin noch erst 27 Jahre. Ich weiß noch nicht, wie das Leben funktioniert. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob der Person des öffentlichen Lebens ist oder einfach nur Reed hat. Wer ist politisch? Ja. Rotbett weg, Rotbett weg. Wo läuft der Grüne hin? Nach Mekka? Hey, der läuft nicht zu uns. Ich sehe bei uns niemanden. Ich bin an der Base. Ja, der Grüne hat einen Fallschaden gestorben. Nevermind. Ich dachte, er ist ein bisschen kompetenter. Ich fühle mich hier, als wäre das hier so eine Lobby, wo man eine Lobby hat. Aber ich fühle, das ist tatsächlich eigentlich nur eine Lobby, wo man eine Lobby hat. Verstehst du das? Ja. Ich auch nicht. Moin, Prudy. Er hat schon wieder vom Katzen Falsschaden bekommen. Ja, ich push mal die Roten um. Ersten Roten habe ich. Komm! Der Grüne hat es bestimmt so ein halbes Hetz. Ich hätte einfach Rap-Image machen müssen. Scheiße, war das dämlich. Das habe ich doch eben bekommen, du Affenkind. Stimmt, das habe ich sogar mitbekommen. Lost. Erlass mich in Ruhe. Ehre genommen! Das war Ehre genommen auf Fünf- und Zehner-Basis. Ja, okay. Sind wir low. Ich habe ein Eins-Loses-Zwei-Fast-One. Digga, vor allen Dingen, die Sache ist halt die, wir sind hier die, die praktisch alleine die Runde machen. Wir wurden von allen Teams gefokust, teilweise gleichzeitig. Rot und Grün die ganze Zeit gleichzeitig gefokust und trotzdem ficken wir hier gerade die Runde weg. Wo sind wir low? Ich an meinem Bimse. Ich glaube, Rot ist AFK. Nee, Rot ist nicht AFK. Fuck it. Der Schade. Der Lücken läuft sonst. Müsst du bitte mal bekommen. Ja, der ist bei uns in der Base. Der ist nicht bei uns in der Base. Ich meine bei uns in der Base. Ja, noch nicht. Null. Der hat, nicht allen Ernst, wow, der Typ hat legit Schafe mitgebracht. Digga, sind die Lost oder sind die Lost? Hallo, ich will mich hochstacken, bevor ihr explodiert, ihr Missgeburten. Ich frage mich, ob die Grüne, also jetzt mal ernsthaft, ich frage mich gerade, ob die Grüne oder die Roten mehr Lost sind. Hast du die im Spawntrap? Ja. Schön. Und die sind zu lost rauszugehen. Ich will mir trotzdem heißen, ich baue das Bett von denen ab und dann haben wir es. Warte mal, kriegt das, kriegt das ein Chatband? Ja, das wird gechatband. Next Jan ist jetzt online. Wer ist Next Jan? Äh, Mini Keksteen. Ach, scheiß drauf. Im Replay kann man nicht Chat reporten, weil dort kein Chat vorhanden ist. Ach so, warte mal, kannst du mir da den Command schicken, weil ich hab echt keinen Bock, das selber anzutippen. Natürlich. Danke. Die Spieler können gefunden werden. Okay, danke, Donner. Ah, Rot hat eine Angel. Das ist süß. Ach, der Rot hat vorhin schon mit Angel gespielt. Meine Schwert durability stellt sich langsam wieder her. Digga, du bist ein Affenkind. Jetzt schreibt natürlich niemand GG auf Erntoder Basis. Schreib mal, dass es schon schwer war. Nicht dafür gechatbannt? Die hatten eh keine Zeit, mich zu reporten. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommi und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt und keine Videos von mir mehr zu verpassen. Ähm, folgt mir auf Twitch, wenn ihr es nicht getan habt. Ähm, folgt mir auf Insta und Twitter, das ist allesamt in der Beschreibung verlinkt, was nicht YouTube ist. Tim, willst du noch was sagen? Außer, dass du wieder mal deinen Autismus am Start hast. Ähm, folgt mir auf Twitch, dort gibt es High-Quality-Content. Ja, ich blende mal deinen Namen ein. Äh, Streams sind nur dann, wenn ich Lust habe, aka nie. Ja, ich hab deinen Namen mal eingeblendet. Ich bin der Führer. Na dann, wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Kommi, Abo und so ein Stuff da lassen. Schreibt mal einen netten Kommentar. Schreibt mal Two Ease for Ends in die Kommentare, wenn ihr bis hier geschaut habt. Tim, deine Meinung? Two Ease for Ends. Ja, dann an der Stelle würde ich mal sagen, dass ich deutsch bin, dass ich fliegen kann. Deine Meinung? Guten. Gut dann, bis dahin. Ciao. Tim, du darfst noch Joe sagen. Nein. War doch mal eine schöne Aufnahme. Hey, nur 23 Gigabyte. Ich brauch nur größere SSD.